recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind in folge 191 von avorion ja wir haben letztens die bruderschaft besiegt die vier sind nicht mehr unter uns und damit ist das erst mal erledigt jetzt müssen wir gucken wie wir weiter kommen müssen wir mal schauen ob da irgendwelche missionen noch sind die wir erledigen müssen oder wie der schritt da weiter geht denke ich mal machen wir gleich nach dem intro bis gleich so dann gucken wir doch mal rein ne i war falsch p ist richtig hier missionen die forschung sammler ein legendäres subsystem keine ok das sind anwender missionen wahrscheinlich hier noch eine grundschiff und so ja klar ja was müssen wir machen dass die frage ich glaube wir gehen mal gerade in gingens sagt schon in unseren frachtraum hier subsysteme wir müssen vielleicht wahrscheinlich erstmal alles einbauen was wir haben hier ist ja noch einer da ist noch einer 1 2 3 4 5 6 irgendwie fehlt uns noch was oder dieses system hat sechs große vertikale kratzer seit acht kratzer 7 das hat 4 das hat 3 1 2 und 5 ist nicht da 1 und 2 ist nicht da zwei ist nicht da wir brauchen noch zwei ok eins fehlt uns also noch gute sachen aber wir müssten jetzt erstmal schauen dass wir heute wenn wir hier noch mal rein gehen die wenn wir die ausbauen wollen entfernen solche sachen hier dann müssen wir ja irgendwo in der nähe so einer station sein das müssen wir als erstes mal machen damit wir die da rein kriegen vielleicht ergibt sich dann ja was neues ressourcendepot handelsposten ist nix das notruf auch nichts hier sehe ich nix kann sein dass wir ausrüstung stock ich glaube damit ist mein flieger ok dann drehen wir uns mal noch da dass wir dann dahin springen können war doch beim ausrüstung stock dass wir das da ausbauen konnten ausrüstung spricht dafür spricht dafür dass das da ist müssen wir uns nur überlegen was wir da rausschmeißen hyper rom antrieb ein ausladen emp torpedos dunkelblauer kopf schild überladen so und da oben ist schon das symbol ne das sagt uns doch ein schiffswerft in diesem weg du kannst hier auf alle blöcke bauen ach so ne vollstreckliche blöcke wird mir nicht reichen hat der war lass uns mal müssen wir in der nähe des ausrüstung stocks vielleicht sein da kann das sein da ist es fliegen wir dann mal hin und dann müsste dann noch ein symbol kommen oder bin ich der meinung auf jeden fall wissen du ist jetzt gerade auch nicht hinter agieren ja da ist es da oben ist das symbol ja du kannst du auf den system entfernen das wollen wir ja tun wir können aber auch gerade mal einmal schauen was haben wir denn für eine aufgabe auch da ist noch mal die aufgabe also die kann ich noch mal machen oder was vielleicht kriege ich dann noch ein passendes artefakt da raus aber da war es auch nicht da war es das ganze schiff bauen lass uns erst mal hier das umbauen wir müssen nach da wir müssen ja da rein das ist schon passend wir können definitiv das handelssystem hier aufbauen und setzen jetzt mal den da rein oder was haben wir hier geschützt kontrollsystem okay die müssten wir vielleicht eher behalten ist das transporter software und hier ist scanner booster generator verstärker ich glaube den ziehen wir da mal raus und gucken dass wir den da rein machen 6 7 1 fehlt ein teil fehlt noch achte waren es ja haben wir eisenmetallschrott und sowas der dockt da gerade an legendärsteil ok ist das hier torpedos ok welche nummer war das jetzt die 2 fehlt uns glaubt 8 ist da 1 ist da 6 ist da 5 ist da 7 ist da 4 ist da und das muss dann die 3 sein dann fehlt uns die 2 so dann müssen wir noch die 2 bekommen aber wo kriegen wir die 2 weg was ist offen die forscher haben wir gemacht jetzt haben wir drei lege in der subsystem für die keine sotan art ist die aufgabe noch nicht abgeschlossen und zwar deine eigene schiffe bauen aber du hast auch ein paar schiffe und anderen holen abeteuer und dann gibt es wie man das am besten macht bischöfermannschaftsrunde oder bischöfergaberstrupps das wäre da stationsrunde wie ein grundhochsschiff und 2 notrufer was hatten wir denn nicht erledigt war das ein aber das wird ja hier auch noch stehen haben wir alles erledigt ja das ist gerade ein bisschen komisch dass wir jetzt nicht weiterkommen wenn ich jetzt hier die mission noch mal von der bruderschaft annehme bringt mich das weiter können erst mal die ausrüstung noch schnell handeln kann ich nicht kann ich nicht schade so das ist ein bergbau war halt kein er auch kein er ok der hat mit trainieren menschen wums hier gibt sogar zwei von und er hat auch ums so xavier das ist ja vielleicht auch nicht schlecht so das haben wir hier jetzt noch mal gucken autogeschützkontrollsystem gibt es eins autogeschützkontrollsystem aktiv energieverbrauch plus ne backboard subsystem nehme ich mal einfach mit reisenden quadrant erkundung oder revolutions quadrant karte kaufe ich mal gerade und hoffe dass wir dann mal noch was sehen hier in der ecke und ich kann nicht was verkaufen so dann wurmloch gerät das ist teil nummer zwei wo ist das das nicht eingeladen dass er lasst uns das noch mal gucken ist das im frachtraum ne wo ist denn das xotan rumloch gerät ha ha topedos das irritiert mich jetzt gerade hier sind ja diese bezeichnung alle da oben das ist 6 das ist 1 da oben ist auch die k1 und das ist k6 das ist k3 aber der ak8 das passt okay darum ist auch noch mal die bezeichnenden römischen zahlen aber mir fehlt jetzt dieses wurmloch geschichte komme ich denn da jetzt dran hier da ist es das fehlt das ist das zeigt ist mir das ist jetzt aus versehen angegangen oder ach das war da ist doch eins fliegen wir doch da mal durch oder vielleicht kriegt er mein letztes teil noch ich weiß es nicht wie das hier benutzt ich glaube nicht das schlimme ist dass mir ein streifen fehlt wo bin ich denn jetzt gelandet kann das sein dass es hier mein heimat sektor ist und ich jetzt hier gelandet bin wo mein heimat sektor ist ich glaube ja oder ja ja das war jetzt nicht so eine gute idee das hat mich jetzt nach hause gebracht in anführungsstrichen na toll okay ich würde sagen wir machen erst hier einen cut ich kümmere mich darum dass wir da rausfinden wo das letzte artefakt ist was wir noch brauchen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn es nächstes mal wieder mit dabei seid falls ihr noch keine überhaupt macht 1 falls euch die folge gefallen hat gibt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wir das nächste video hochladen gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao